Hi Freunde, hier ist wieder der Toto von Toto goes to WTM 2017. Heute möchte ich gerne mal von euch wissen, was macht ihr so an Tagen, wenn es scheiße läuft? Wenn ihr sagt, heute ist irgendwie ein total doofer Tag, ihr habt Stress zu Hause, ihr habt Stress auf der Arbeit, ohne euch geht es einfach nicht gut. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, was mir da hilft, seht ihr gleich nach dem Intro. Ja, ihr seht, ich bin umgezogen, an so Tagen wie heute, wo einfach scheiße ist, wo ich keinen Bock habe, wo alles auf einen einprasselt, brauche ich mal so ein richtig hartes Workout. Kleiner Tipp, macht es nicht nach, heute geht es nicht um irgendwie WTM Kraftausdauer, hier geht es einfach nur wirklich um Eisen verbiegen, auspowern, den Körper voll mit Adrenalin und Testosteron aufbauen und wirklich komplett zerstören. Ich werde euch ein bisschen zeigen, was ich heute mache, bleibt dran. Ja, auch an Assi-Tagen einfach mal sich wegballern, Leute, tut es euch und tut es den Gefallen, nehmt ein Handtuch drunter, ich weiß es ganz ekelhaft, wenn man das macht. Ja, auch an Assi-Tagen einfach mal sich wegballern, Leute, tut es euch und tut es euch, wenn man das macht. Ja, auch an Assi-Tagen einfach mal sich wegballern, Leute, tut es euch, wenn man das macht. Ja, auch an Assi-Tagen einfach mal sich wegballern, Leute, tut es euch, wenn man das macht. Ja, auch an Assi-Tagen einfach mal sich wegballern, Leute, tut es euch, wenn man das macht. Ja, auch an Assi-Tagen einfach mal sich wegballern. Ja, auch an Assi-Tagen einfach mal, societana einfach mal sich wegzuh parti. Ja, auch an Assi-Tagen einfach mal sich wegballern, Leute, tut es euch, wenn man das macht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020